Geh weg, ich hasse dich! So redest du nicht mit mir, ich tue so viel für dich und das ist jetzt der Dank. Mann, ich bin eben wütend. Na und, du bist mittlerweile alt genug, um deine Wut zu regulieren. Soll Mama und Papa dich mal richtig bestrafen oder was ist los mit dir in letzter Zeit? Du bedimmst dich echt schlimm gerade. Siehst du, genau das ist das Problem. Auf einmal darf ich nicht mehr wütend sein, auf einmal bist du viel strenger. Seit ich sechs bin, behandelst du mich anders, als müsste ich auf einmal perfekt sein. Früher dachte ich, du liebst mich bedingungslos, aber auf einmal kritisierst du mich ständig nur. Ehrlich, das macht mich so wütend. Du hast recht, ich bin wirklich strenger geworden. Ich bin immer noch ein Kind, ich mache Fehler und ich kann immer noch nicht immer gut mit meiner Wut umgehen. Es braucht eine ganze Kindheit, um das zu lernen. Aber es verletzt mich, wenn du mich so behandelst. Das ist aber dein Problem, es liegt in deiner Hand, wie du mein Verhalten bewertest. Es muss dich nicht verletzen, wenn ich wütend bin. Es ist normal, dass Kinder wütend werden. Früher hast du einfach meine Gefühle begleitet, wenn ich wütend war. Das soll ich jetzt wieder machen? Ja und bitte sei nicht mehr so streng mit mir. Ich bin zwar kein Kleinkind mehr, aber ich bin immer noch ein Kind und muss so vieles lernen. Ich werde schon ein guter Mensch werden. Du musst darauf vertrauen, dass ich mich in jeder Situation so gut verhalte, wie ich eben kann. Und dass alles, was ich tue, notwendig ist, auf dem Weg, erwachsen zu werden.